Hallihallo! Ich möchte heute ein Getränk vorstellen mit dem Thermomix. Und zwar ist das eine Zitronenlimonade. Alles was wir dafür brauchen, sind natürlich Zitronen, Zucker und etwas kaltes Wasser. Wir starten einfach auch direkt durch. Und zwar mache ich erstmal aus meinem Puderzucker, in dem ich mir 90 Gramm einwiege. Den Thermomix verschließe und den Zucker für 10 Sekunden auf Stufe 10 pulverisiere. So, ich zeige es auch gerne nochmal. Ich habe jetzt hier meinen Puderzucker, mit dem ich beinahe, packe mir zwei Zitronen rein. Die habe ich einfach halbiert. Ich habe Bio-Zitronen, von daher kann ich das mit Schale machen. Wer keine Bio-Zitronen hat, macht das einfach ohne Schale. Pack mir die Zitronen dazu und 500 Millimeter Wasser. Verschließe den Thermomix wieder und lähe da. Gieß mir die Turbofunktion aus. Die befindet sich da, wo man auch die Teigknitstufe findet. Und die Särme Turbo für zwei Sekunden. Ich nenne mir mein restliches Wasser dazu, wieder 500 Milliliter. Und fertig ist meine Zitronenlimonade. Wer das Ganze nicht mit Zucker machen möchte, kann das natürlich auch mit Süßstoff machen oder mit Stevia entsprechend. Ich setze jetzt hier mein Garkörbchen ein und kann das dann wunderbar zum Ausgießen benutzen. So, fertig ist das Ganze. Im Winter kann man das natürlich auch super als heiße Zitrone sich dann erhitzen. Oder dementsprechend im Sommer als schöne, kühle Erfrischung einfach mit ein bisschen Crush-Eis, was ich im Thermomix machen kann, dann als Erfrischung genießen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Schauen Sie doch mal vorbei auf meiner Seite www.kinderleichtkochen.com oder auf Facebook, wenn Sie da meinen Namen Sandra Backwinkel oder...